Ja, ja, hier, guck da, das hat er gecheatet. Was? Davon habe ich gar nicht gecheatet. Ah, was ist das? Nein! So, hier, neun Uhr morgens, heute ist Sonntag. Und early boy ist die ganze Zeit nur am weinen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, dass ihr mit dem T-Speak seid und die ganze Zeit, die ganze Zeit heult ja rum. Es ist gerade 14 Uhr, eigentlich müsste er top 15 sein. Ja, 14 Uhr, ich gebe dir gleich 14 Uhr. Und das ist meine Kiste, na du? Wenn ihr auch die ganze Nacht durchgemacht. Warum hat meine Kiste 56 Nether Rats on, ohr? Du hast die aufgehoben, Mann. Ja. Wo ist die überhaupt? Wer hätte die da rausgenommen? Ich habe die noch extra, mein Mausrad ist schon wieder im Arsch. Aber du hast echt Probleme, kann das sein? Jetzt geht's. Wer rum, Junge? Hier, Pulverizer, da. Wo ist das Redstone hingepackt? Nein, 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 lass doch mal noch nicht mehr Pulverizen. Warum nicht? Weil ich jetzt gerade erstmal Platz brauche für Zeuge und jetzt nicht noch mehr Redstone. Lass mich erstmal bauen. Du bist scheißegal, da wird jetzt hier. Das ist scheißegal, da wird jetzt hier. Das ist scheißegal, da wird jetzt so früh morgens. Heilschnauze da drüben. Ja, ja, ja. Dalu, ich hätte eine Aufgabe für dich, wenn du möchtest. Was denn? Hier, die Behälter mit Sand füllen, äh, mit Wasser füllen. Ich will nicht sagen, aber die Autonomungsaktivator haben nichts mehr zu tun. Was ist da los? Ja, dann mach halt, ach, jetzt habe ich zwei Eimer hier. Und dann musst du da Dirt reinstecken. Dann wird daraus Soul Sand. Und das Soul Sand musst du in Pulverizer tun, damit wir Nether Quartz kriegen. Sonst haben wir nämlich bald ein Problem. Haben wir Limstone? Ja, hier. Na ja, willkommen zurück. Da, hier, hier. Skycress, ich bin mit Dalu. Nee, ich bin nicht mit Dalu. Die Lifestone ist in der fressenden Kiste gelaufen. Wo ist sie hier alle hin? Da hinten zu Early ist sie gelaufen. Was ein Kack. Sie ist weg. Ja, bei Early liegt was. Geh hin schnell, bevor Kisti kommt. Das war knapp. Kisti, bei Fuß. Äh, die Kiste nicht. Aber. Sie sind sichtbar bei mir, deswegen sehe ich sie nicht. Sie brennen vor allen Dingen. Brauchst du das hier, Balui? Dieses Feld? Äh, was? Ja. Diese Ecke hier? Das ist wichtig. Was? Nein, hier, nein, 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 die Ecke war nicht. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Brauchen wir komplett neue Seminar. M.E. Interface hatte ich. Was sagst denn? Ich war schon nicht weit, äh. Letzte Folge hier. Balui, hast du diese Kiste hier bereits erklärt? M.E. Kabel. Was für ein, was soll ich dir für eine Kiste erklären? Für eine Kiste. Welche Kiste? Hier, warum hier so viele M.E. 16K Storage schon sind. Ne, ich hab die auch noch nicht gezeigt, aber danke. Oh. Bei mir wurde sie schon gesehen. Ich hab schon reingeguckt. Das ist einfach unsere Kiste für, weil wir dieses Projekt ja nicht zwei Milliarden Folgen voll, äh, spielen wollen. Und ich gedacht hab, wir brauchen irgendwo ein Lagersystem, ohne dass wir stundenlange mal alles suchen. Ich hoffe, dass es in eurem Interesse... Kurz, sagst du da vorhin, Balui, finde ich gut. Gut in der Form, dass Earlyboy mich alleine lässt und ich meinen ganzen Scheiß alleine bauen muss. Wo ist denn der Dirt, den ich hier reintun soll? Hör auf, hör auf, hör auf. Ich war am Nether wegen dir. Hör auf. Ich hab nicht gesagt, ich hab nie gesagt, du sollst in Nether gehen. Hör auf, oder ich benutze meine Schmutzhacke. Bring mir mal Dingscheiß mit hier. Das hab ich aber nur gesagt, was? Dirt, hier in der Kiste, hier in dem Dirtmaker. Hallo, hier ist der Dirtmaker, da. Guck mal, ob das funktioniert oder ob da was anderes rein muss. Steck mal rein, geht das? Das Wasser ist dealer geworden. Geht das? Hey, die eine hat... Da muss da Sand rein, da musst du leider Sand machen. Die andere Hungry-Geste aufgefressen. Böse Kiste. Ja, das darfst du jetzt mal eine Weile machen und das dann immer in den Sifter packen, damit wir da... Nee, nee. Wie, nee? Was heißt eine ganze Weile? Eine ganze Weile bis sie... Ja, also eine 10 Nether Quartz, 20 Nether Quartz. Wie, nee? Wie viel, wie viel, wie viel Soulcent? Wie viel Soulcent brauche ich dafür? Hey! Weiß ich nicht, ich muss mal gucken, ich weiß nicht, wie hoch die Chance da rauskommt. Ja, aber wie mach ich jetzt auch Soulcent? Was mach ich jetzt hier mit? Soulcent packst du in den Sifter. Wo haben wir denn D noch? Das altmodische Ding. Jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, dass ich einfach hier Zertrusquartz in den Ofen tun soll und dann kommt da vollautomatisch Silikon raus. Danke für den Tipp. Das erspart mir viel Arbeit. Und Dalud, du weißt doch wohl, wo der Sifter ist. Nee, den Sieb. Ich brauche ich denn nicht. Das ist Dich brauche ich denn? Ja, ich brauche ich denn nicht. Ja, ich brauche ich denn? Ja, dann meine ich das Sif. Ja, ich meine das Sif. Jetzt halt die Schnauze. Das ist ja Kohle. Kohle? Na, ich muss ja den brennen. Wenn, dann hat das unsere Maschine entweder ausgeworfen oder ist es leer. Und ich habe vergessen, was ich suche. Raw Rubber, genau. Raw Rubber. Das ist obwohl wir ein ME-System haben. Ja, wir haben ja eben noch nicht. Ich wollte nochmal ein neues Questbook. Ist in der Kiste drin. Ein Bindfaden und ein, was weiß ich. Im Haus. In der Kiste. Von rechts, obere Etage. Hier. In der Kiste, von rechts, obere Etage. Gib mal Daumen, links, rechts vorbei. Ja, hier, hier. Hier in der. Da, 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 da. So. Sonst Guess. Ach, jetzt muss ich das auch. Achso, wie viele Questbücher hast denn du gedroppt? Ach schön, mein Ding ist es ja auch mein Diamanthammer. Ja, den kannst du dir ja nicht neu bauen. Dafür musst du erst mal wieder das Ding ans Glauben kriegen. Oh nein, wir haben keine Questbücher. Du hast es letztens mitgenommen. Kann das sein? Letztens. Du meinst gestern? Damals. Damals. Im zweiten Weltkrieg, ne? Als da war eine Oma da noch war, ne? Ja. Ja. Aber Dalu ist ja zu jung für sowas. Ja. Wir sind zu jung dafür. Ja. 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 Im hohen Alter muss man immer früh aufstehen, äh, early. Ja. Die Sonne geht schon wieder unter. Ja. Lass mal hier schlafen gehen. Bitte. Geht nicht. Geht noch nicht. Stimmt. Es hieß, wir brauchen ganz viel Salat. Wer hat jemals gesagt, dass wir viel Salat brauchen, du Idiot. Weiß es nicht mehr. Komm mal ins Bett, Dalu. Dalu, komm. Geht nicht. Doch. Kommt mal schnell ins Bett, bitte. Oh, ich hab mein Questbuck. Kommt doch mal, danke. Und... Gtheh Hammer. Oh, hier. Na, nne, és의 hanno. Z pose. Zämmüğ requirement. Ni permet, ich suspect. Immerorthin? High walk Beneante. Einfach lobeln, haben wir Eiwe操? Guckt mal, in For the Hoarding habe ich endlich das zweite Ding fertig. Da gibt es zwei Leben für jeden. Dein Ernst? Hey! So? Hier. Wo bist du mit dein Büsch hier? Aber sind das diese Morsel? Oh, ich habe Nether Iron Ore gekriegt. Wow. Das heißt, wir haben ganz viel Eisen. Geil. Wie viel? Guckt mal bitte jetzt bei euch rein. Ich habe da was gemacht. Ne Quest und da, For the Hoarding. Oh, ich habe blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Nein, du nicht. Wir. Ich habe blau und schlau gelöst. Nicht blau und schlau gelöst. Du kannst du mal, das ist unfähig. Hey, was hast du denn gemacht? Wo? For the Hoarding. Hätte ich gesagt, lassen wir mal zu. Nein, oder nicht. For the Hoarding. Ja, ja, hier. Guckt da. Das hat er gecheatet. Was? Davon habe ich gar nicht. Was ist das für eine Kackfische? Ah, was ist das? Nein! Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Da waren die ganzen Maschinen drin, wo ich die letzten fünf Folgen drin gesessen habe. Nee, doch nicht. Was um alles in der Welt war das? Und was ist jetzt alles verbrannt? Was war das? Ehrlich war es aber nicht. Was hast du denn gesagt? Du hast gesagt, was ist das für eine komische Ange oder was? Ich werde umgebracht. Ehrlich, aber wir brauchen den noch. Ich hatte so viele Sachen dabei. Hat Kiesti nicht was eingesammelt im Flug? Nein, alles weg. Mein komplettes Metall war voll mit Items. Zwei Stacks Redstone war dabei. Oh, geil. Gut gemacht, der Alu. Ah, ich habe ein neues Questbook. Und Rüstung. Aber es war einfach zwei Schwerter dabei, der Typ. Die habe ich ja gerade dupliziert. Genau. Mit unterschiedlichen Dingen. Ja, hier an der Beta Barrett. Ich hoffe, hier ist alles drin, was meine Maschine angeht. Scheiße, Scheiße. Ich habe gerade so geile Sachen bekommen. Ich habe gerade so geile Sachen bekommen. Ich habe eine Angel bekommen. Er hat die Sorge so schwer. Ich habe eine Angel bekommen und wollte die ins Wasser werfen. Dann hat er die gedroppt. Dann hat er die mit Rechtsklick. Und dann ist die explodiert, als ich sie aufheben wollte. Was ist das für eine Kack-Angel? Geil, eine neue Angel. Wollte sie hier ins Wasser schmeißen. Und dann droppt er die. Da konnte ich nichts für. Da ist ein Fishing Rod dran. Das muss ich mir unbedingt angucken. Gut, dass ich mit Kamera auf mein Gesicht rausnehme. Er wirft diese weg. Hä, warum wirft er die Scheiße weg? Dann laufe ich auch noch hin, um sie aufzunehmen. Es ist vorbei. Es ist jetzt schon vorbei. Ich habe keinen Bock mehr. Du kümmerst dich jetzt. Um das Beef and Trees, Dalo. Dann gibst du mir einfach mein Buch und meine Rüstung wieder. Nein, das ist meins. So wirst du Flo. Ich mache jetzt erstmal hier unser Lager. Ich habe kein Questbuch mehr. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich baue dir Neues. Hier muss man nicht aufpassen, was man für items bekommen. Was ist denn Kack? Oh, herrlich. Dieses Spiel, ey. Das ist der Hammer. Ohne Scheiß. Wir müssen noch einen Notenblock, einen Dropper, einen Daylight Sensor, ein Special Plate, so Krams, Krams. Oh, das ist relativ einfach. Außer den Beacon, den können wir nicht bauen. So, wir bauen erstmal hier den Computer. Warte mal, hattest du dir mal einen Thornmill gebaut? Dann... Ne, oder? Ne. Das ME-Drive und das Crafting Terminal. So, das sind die drei Sachen, die wir schon mal als erstes brauchen. Um das ganze Lager hier ans Laufen zu kriegen. Ey, ich hatte so gute Rüstung. Ich auch. Du hattest gar keine Rüstung an. Ich hatte Rüstung. Ich hatte Protection 2 Großpanzer. Ihr seid so herrlich. Ja, ohne Scheiße. Ich wollte das nur angeln und dachte, ich hole jetzt den dicken Fisch aus, die Wasser. Also rüste ich mich nochmal aus. Inva. Wollen wir Holz. Inva und Redstone. Inva, ja. Haben wir noch Inva. Haben wir noch irgendwo Eisen, Baluji? Äh, in der Kiste, die kaputt gehört. Haben wir nicht irgendwo Inva gehabt? Das ist das letzte unten links in der Kiste, in die du gerade reinguckst. Was? Das ist falsch geschrieben. In der... In... Ach, ich hab's Inver geschrieben. Es wird ja Inva geschrieben. Dann reichen auch diese hier. Äh, blablabla, Redstone, hab ich genug. Haben wir gar kein Eisen mehr? Äh, ich hab noch ein paar... Weil ich wollte jetzt einen Eimer nochmal, ich muss ja noch weiter Soulcent machen. Was ist denn mit dem Alten passiert? Das Ding, wo... Early hat die in den Umbra. Ja, stimmt, du musst doch mal einen Soulcent haben, Early. Early. Du hast mich einfach nur getötet. Kann sein, dass der runtergefallen ist. Ein paar Sachen runtergefallen. Was? Verstehe ich nicht. Ja, da stand zu nah an der Kante. Wer, der, der? Der Dalu. Der Dalu. Warum hast du ihn auch getötet? Das macht man nicht. Das gegen die Regeln. Hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf. Ich bin gerade im Craften. Das wäre jetzt mehr als ungünstig. Hallo, eh? Mein ganzer Redstone ist weg. Ach, da. Hallo, eh? Ja, ich bin lieb, ich bin lieb. Es ist halb zehn Morgen. Ich heiße ja nicht Dalu, ich bin lieb, wirklich. Ich habe dreieinhalb Stunden geschlafen. Ich verspreche, ich verspreche, ich verspreche, jetzt bin ich artig. Hör auf, hör auf. Er wollte doch nur Fische für euch angeln. Ja, er meinte das doch nur gut. Er wollte doch nur spielen. Fischelei auch Fische. Fischerspitz, frische Fische. Und dann warf er die Angel weg und es war nur ein Fake. Statt dass er nicht dran. Nein, da stand ganz normal Fishing Rod dran. Er sah ein bisschen anders aus als die normale. Das ist der höchste verarschende Welt. Das ist mir geil, eine richtig geile Angel habe ich bekommen. Das hat er nicht gedroppt mit Rechtsklick. Was fehlt mir jetzt noch? Schöner Hammer. Ich nehme jetzt einen Diahammer. Ne, den lasse ich hier drin liegen. Was hatte ich noch? Eisen. Nein, nein, ich lasse es weg hier. Ich kann so kotzen, ne? Ich verstehe aber nicht warum. So ihr Lieben, jetzt erkläre ich euch auch, was das mit diesem komischen, ercheateten Festplatten auf sich hat. Weil wenn wir die alle gecraftet hätten, ihr habt gesehen, wie lange ich jetzt, ich habe jetzt alleine vier Folgen gebraucht, um diese eine Quest zu erfüllen. Und wenn ich das jetzt weitergemacht hätte, dann wären wir einfach nur 100 Folgen daran gewesen, Festplatten zu bauen. Deswegen haben wir uns welche ercheatet. Einfach, damit wir jetzt hier ein Lagersystem haben, wo wir jetzt die ganzen Festplatten einbauen. Dann können wir da nämlich jetzt alle unsere Items reinlegen. Und ich glaube, Olli kennt das. Dalu vielleicht auch, wenn er es schon mal irgendwo gesehen hat. Aber ihr könnt halt jetzt bitte alle Items, die wir irgendwo überhaben und nicht brauchen, hier in dieses Scheißding reinziehen. Aber nur die fertig verarbeiteten. Bitte keine, ähm, ja, keine Items, die schwachsinnig sind oder die beschädigt sind. Auch keine beschädigten Items, bitte. Weil dafür müsst ihr jedes Mal einen extra Slot anlegen. Und so viele Slots haben wir dann doch. Moment, wenn du die ganzen 16K-Festplatten reinpackst, dann haben wir genug. Das hat damit nichts zu tun, sondern pro 16K-Festplatte gibt es nur 63 verschiedene Typen an Items. Nein, Olli, das passt. Nein, Olli, ich hab's ausgemistet. Ich hab's doch bei mir schon privat probiert. Notfalls sind wir da wieder Schrott raus. Schade ist, dass du das nicht früher fertig hattest. Olli, das ist dem, was wir gemacht haben. Was hat ihr gemacht, Olli? Bau das bitte wieder ab und verleg das woanders hin. Nein. Ach nee, stopp. Das muss man ja. Doch, wenn der Olli nochmal so eine Aktion bringt wie gerade, dann ist das alles weg. Nein, das ist mir egal, das bleibt hier. Erstmal hast du das Zeug mit in den Toten. Olli, wenn ihr etwas explodiert und das zerstört wird, sind alle Items weg. Ist egal, dann ist das halt so. Bau das ein, bitte. Olli, lass es ein, aber wir sind doch nicht dumm. Du kannst das gerade die Terminelle auch woanders hinstellen. Stell's mir in die Mitte der Plattform. Stell das bitte nach Hause, Olli. Was denn? Nein. Ich baue das auch gerne um. Ich brauche aber die Stromversorgung, Olli. Ja, bau neue Konduits und ich mach das. Na, du, wir legen keine Stromversorgung bis da hinten hin, das reicht nicht. Das ist total hinter dem Kopf. Lass das hier stehen, hier passiert nix. Ist das Hardenet Energie, was ist denn das? Das sind, da brauchst du sauviel Zeug für und das haben wir im Moment nicht über. Hier passiert schon nix, Olli. Olli, lass es einfach. Olli, ich will das aber nicht da hinten im Lager. Wir können das nicht wieder umbauen. Doch, natürlich, die Festplatten sind doch, du kannst die Festplatten einfach rausnehmen, da sind die Daten doch drauf gespeichert. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Ja, das geht auf meine Verantwortung. Wenn das alles weg ist, das ist, ich kippe nicht. Ja, ich weiß, aber dann ist Dalu schuld. Aber ihr könnt halt jetzt euer... Ich hab nix gemacht. Nein, dann bist du schuld. Ja, ich hab das Zeug gedroppt. Ihr könnt halt jetzt alles Zeug... Also bitte keine, ähm, Broken Platinum oder irgendwie Dust oder sowas, sondern nur die... Nein, die Oars, die kommen noch nicht rein. ...bescheiden Sachen. Broken Dust? Ja, also Oars nicht reintun. Nur fertige Barren, die könnt ihr da reinschmeißen. Aber wir sollten mal eben schlafen gehen. Ich seh schon, dass gleich ein Enderman kommt, das Ding in der Hand, sich unter dem Anklein und sich verpisst. Ich seh jetzt einfach, komm. Dann muss ich ihn um. Ja, dann macht sie Sinn. Ja, wir können es ja einbauen, aber nicht das Törfing-Töbel. Aber ihr Nudeln, ich würd sagen, das war eine... Komm mal ins Bett. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Bis auf das Grundfall. Bis auf das du runtergesprungen bist, war die ganz witzig. Da haben wir am gestern, genau. Am gestern haben wir gestern aufgenommen. Sprich, es ist auch halbwegs aktuell. Und ich hab keinen Bock mehr. Ich seh schon kommen, dass ich gleich wieder meine ganzen Sachen zusammenbasteln darf, die ich gerade gemacht hab. Ich leg den noch um heute. Das ist ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis, Junge. Ganz dünnes Eis. Sehr dünn. Jetzt würd ich auch wirklich sagen, hau drin, schaut morgen... Nein, übermorgen wieder vorbei. Am Mittwoch, ne? Und so, und dann sehen wir uns hoffentlich dann wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.